Herzlich Willkommen zurück zur nächsten Folge GTA 5 mit mir Insanity. In der letzten Folge haben wir die Attentate für Franklin erledigt und jetzt bzw. für Leicester mit Franklin. Und jetzt machen wir den Auftrag für Solomon. Und wir haben den Audi A8 hier ja noch stehen und ich dachte ey, wir machen jetzt hiermit mal einen richtig schönen Night City Driveout. Ups. Wir könnten sogar von mir aus... Oh, passt angeditscht. Wir können sogar von mir aus hier mal das Cabrio aufmachen. Ne, das ist falsch. Jetzt. Das ist so geil. Alles klar und auf ist es. Genau, wir müssen hier zu Solomon. Der ist nur einen Block weiter. Also nicht weit weg. Guckt euch das mal an, wie nice der Wagen einfach aussieht. Genau, wir haben ja auch Performance Tuning gemacht und das merkt man halt schon... Ach ne. Es ist... Es muss jedes Mal so sein. Es ist jedes Mal so. Es kann gar nicht anders sein. Ich... Das nervt mich jetzt gerade richtig an. Ich habe die Karre hier gerade extra schick gemacht. So, jetzt ist sie wahrscheinlich auch dann endgültig hin. Hä? Ne, noch nicht ganz. Hier, komm nochmal irgendwo reinfahren. Ja, hier. Dich nehme ich nochmal mit. So. Und jetzt... Jetzt steckt der Reifen vorne fest. Das heißt, Karre richtig schön im Arsch oder was? So eine Pisse. Ja, und dann steht er hier halt. Wow. Äh... Wie soll ich denn hier reinkommen? Die Jungs? Ah. Okay, war auf jeden Fall schon mal richtig. Hallo. Komm in, komm in. Danke. Du musst Michael sein. Ja. Du weißt, ich hatte drei Sekretärer. Jetzt muss ich meinen eigenen Kaffee machen und mir selbst ein glücklicher Ende geben. Ha, ha, ha. See, the ships are coming in. But the walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, ya cocksucker. Ha! Shoulder of Orion. Two. Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael. Devin Weston. Did he... Does he want you to bump me off? No, not at all. He said you were retiring but might need some help on a movie. Only assholes retire, Michael. Him and my son, they want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. But this place is a dream factory. Well, maybe they have different dreams. Some days, I don't blame them. You know, they always say, never work with children or animals. Well, I want to add to that list. Never work with directors or actors. This picture is gonna kill me. Alright. So what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown. Oh, no. It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis. And then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies. Lots of training montages. So what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. Zero talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now, he's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself who knows where. Okay. Looks like you got yourself that new assistant. But no happy endings. I love you already. Ugh. Here it doesn't go out. Here it goes out. It sounds like a really strong. What makes me nervous is that I can't record music. Because then these nights will be much cooler. It really hurts. But I have so many videos that are now over and over and over again. Hey Solomon. I'm just doing that thing. Good, good. Now, I realized in my excitement, I forgot some details. Yeah, it seemed obvious. You want this Pelosi guy clipped? No, God no. Is that an option? No, no, no. Bad idea, bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also in my director's ear as well, if you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the talent back to set. Ideally, in a more collaborative mood. I'll see what I can do. Are they all going to be at the club? I'm told that it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton are supposed to be there and Pelosi is on the way to pick them up. He's taken them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get them out fast. Alright. I'll go in quiet. I'll see you on the set, boss. So can we Michael ja gar nicht, ey. Oh, we have a fahren mittlerweile 100 von 100 erreicht mit Michael. Aber, wie gesagt, so can we den ja gar nicht. Oh, ja, die steuern sich auch ganz anders jetzt. Ach so, oh Gott, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, here vorne is the bar already. Ja, platzt da heute nicht so viel rum. Mein Gott. Aber er wird trotzdem mit dem Helikopter eingeflogen, obwohl das so ein Scheißloch sein soll. Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht. Für Leute, wie du diesen Raum hast? Es wird ein Paradies EDM sein. Es wird ein Sparklers gehalten in Bauten, Implanten, Tramp-Stamp, all das echtes was. Das ist Pelosi Entertainment. Jetzt gib mir einen Moment hier. Es ist ein Moment. Wir müssen zu holen, was in der binnenstehenden. Erreiche den Hufschrauber-Landeplatz ohne Rocco zu alarmieren. Okay, wir sollen klettern, schätze ich mal. Oh, das sieht doch hier schon mal gut aus. Guck mal, wir haben hier einen LKW. Ja, das wird es sein. So. Ey. So. Ähm, ja, okay. Vielleicht nochmal ohne das mit dem Faceplanting. Ich... Ich verstehe es nicht. Wieso hält er sich nicht fest? Also Leute, ich... Ja. Ne, das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Das ist definitiv nicht der richtige Weg. Hier können wir nicht durch. Gut, dann müssen wir uns nochmal was anderes überlegen. Scheiße. Äh... Ah, guck mal hier. Naja. Ist natürlich auch einfach. Steht da oben einer? Ja, es ist noch eine Todesmacht. Hä? Entschuldigung. Du kannst nicht... Ah! 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 Das sollte auch alles ein bisschen cooler aussehen. Hat aber leider nicht geklappt. Entschuldigung. Du kannst hier nicht sein. Halt auf, Arschloch. Das ist eine geschehen Seite. Ich muss meinen Bossen nennen. Ah! Das war ja nochmal eine richtige Backpfeife. Haben wir hier noch einen? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Hier bist du. Herr Richards hat sich Angst vorgelegt. Oh, wer ist das? Wer ist das, Jackass? Hey, du! Oh, es ist so, dass diese Leute in Liebe mit ihrem Kontrakt. Also sie werden mit mir zurückgehen. Kannst du das glauben, diesen verdammten Clown? Nein! Dieser Mann ist all meine. Okay. Du willst das so, ne? Wo schlägst du denn hin? Was, 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 was machst du? Was, was denkst du hier zu tun? Ich raff's nicht. Ich raff's nicht. So. Das war's oder was? Okay, keine Ahnung, was da los war. Okay. Ah, okay. Okay. Wir können ja mal ein Looping-Wood machen. Ah, ne, das ging ja nicht, ne? Unter Brücken durchfliegen, ja, das sollten wir ja schaffen. Wo gehen wir denn dafür mal runter? Hier sind doch Brücken. Hier sind doch Brücken. Ja, guck mal. Ja. Ja, guck mal, er macht's doch schon. Er sieht ja auch richtig beängstigt aus. What the fuck? Begib dich zurück ins... Oops, brück dich zurück ins Studio? Das ist eine abgedrehte Mission, ey. Ich denke, du hast einen Apologen an Mr. Richards gegeben. Würde ich mich verletzen? Nein, du musst mich verletzen. Das ist eine Brutal-Honest, aber... Du bist nicht so gut. Es fühlt sich so gut. Du bist glücklich, dass du wirklich arbeitest bist. Ich bin ein Arzt, Mann. Ich bin dein Schuss. Wenn du Solomon sehen, du sagst, sorry für die Verständnis, Herr, und du wirst immer, immer befreut den Möglichkeiten, die er dir gegeben hat. Jetzt, wo ich das Ding schiebe? Wenn Devin Weston kam für eine Studie, er hat den Tank empty. Okay, dann machen wir das gleich. Lass es dort! Der Wasser-Tank ist in der Parking-Lot. Setzen sie jetzt! Ich weiß, dass Solomon Angst hat, dich zu sehen. Schau, ich fühle mich ein bisschen, Guido. Was ist das wunderbar! Anton, mein Junge! Du bist ein Arzt, ich weiß das! Und diese Geschichte ist das beste Art. Ein klischisches Klischee-Bilder Dross, das du in die Magie wirst. Geh ein Grip, ich liebe dich! Also, Solomon. Milton hier hat etwas, was er dir zu sagen. Sag es. Ich... Ich möchte nur sagen, dass... ich entschuldige für irgendwelche Verstände, Herr. Und ich... ich entschuldige... ... die Möglichkeiten, die du mir hast. Natürlich, natürlich! Michael! Was kann ich sagen? Du bist ein Natur! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Du bist zu nett. Nein, nein, ich meine es. Ich meine es nicht. Ich meine es nicht. Aber es wäre okay, wenn ich dir einen Schraub geben würde? Diese Schraubung kürzt, für einen Grund oder anderen. Ich brauche einen Assoziator-Producer. Ich liebe das. Wir sprechen bald. Ich muss gehen. Oh, hell yeah! Hilfe! Das klingt doch richtig geil! Das klingt doch richtig geil! Co-Produzent Michael DeSanta. Das würde mich richtig glücklich machen. So. Das Auge am Himmel. Das speichern wir natürlich einmal drüber. Jetzt haben wir hier keine Karre. Das freut mich. Martin ruft dann. Okay? So. 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 Warte mal. Wir f- ähm. Ey, ich bin grad ein bisschen verwundert. Warum- warum luft der? Warum luft der? Warum luft das? Aber was ist denn jetzt los? Warum ruft mich Martin Madrazo an? Oh, fuck. Oh! Na gut, wir werden es wohl rausfinden. Aber verwundert bin ich dann doch. Ja, gut, äh, gut, ähm, gut, das war eine Erfahrung wert. Cool, nice, Alter, wie seh ich denn aus? Richtig Gesicht einfach eingematscht, ey. Ja, dann rufen wir ein Taxi, mein Gott. Dann rufen wir uns doch einfach ein Taxi. Guck mal, es ist ein wunderschöner Tag, ja, da muss man auch nicht unbedingt immer selber fahren, da kann man noch mal gefahren werden. Ah, dieser Stuhl quietscht einfach wundervoll. Da ist es. Äh, Ziel aussehen? Was? Hä, Ziel wechseln? Okay, nein, ich würde gerne jetzt da hin. Okay, das war kompliziert, aber klappt. Okay, buddy, there you go. Wie nett von dir. Das ist also die Ranch von dem lieben Marty Madrazo. Wir gucken uns das mal an. Was ist das? Was ist das? Es ist eine Sache. Du sagst, dass du arbeiten willst? Das ist Arbeit. Aha. Und wer ist der Mann? Du siehst. Ja? Hallo. Hallo. Wir suchen für Mr. Madrazo. Patricia, für fuck's sake. Just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia, get us something to drink with you. Quickly! Hey, good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit, sit, sit. What did you tell him about me about? Martin Madrazo? Martin Madrazo? Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to. People who wear clothes to me. My cousin, you married Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him kill. I'm going to. By you. Well, our debt was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Ah, hello? What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. He's taking some files of mine. Innocent files that I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know. And when he flies by, shoot him down and get the files back. Pfff. A man, what's the pay? Huh? Trevor. Come on. You still want the drink? Not now! Pendeja! What do you think I'm talking about with you guys here? Okay? Alright. You grab the vehicle or something versus something. I'll handle it. Alright. You are utterly ridiculous. Uhm. Ah, I'll take this here. Get me on the headset. The guy is just shitless. Man will be aester for everything. Why did you do it? Is everything broken? Okay. You're dead. Okay. Well, I'll use this to Burger King. Let me know the way. You got to know the way. You got to know the way. You got to know the way. auf über sowas. Wie gesagt, nur weil ich der schlechterste Fahrer bin, heißt das ja auch nicht, dass man rumrollen muss darüber. Es ist doch trotzdem alles noch ganz, ganz, ganz wundervoll. Wir müssen die Scheiße ja auch nur noch drei Kilometer machen. Oh, aber wir fahren eine coole, eine coole Strecke. Oh, was du sagen? All that Aztec stuff, those weird little artifacts. What? The little fertility statues, whatever, the guy has trouble getting it up. We'll clear two, three million on those, easy. Perverts will pay anything for hope. We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for this job, so what's it all about? Okay, the guy lives well. That don't mean we're robbing him, but it does mean he's got money We need to pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing. If he don't, please, let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and an asshole, right? The fuck? Das war ein richtig ernst gemeintes The fuck? Das klang schön. Das klang richtig, richtig schön. Ich hoffe mal, dass ich nicht übersteuere. Ich habe nicht mein... Gerade sehe ich, mein Mikrofon ist lauter als sonst, weil ich hier letztens am Regler gedreht habe, ja? Knöpflügelschobe, sag ich mal. Ich steige in den Transporter. Ja, gerne. So. So. Lol. Lol, das ist ne... Da ist ne Gatling Gun drin. Alles klar. T. If you could see this gun, it might convince you, Martin Madrazo ain't someone to be messing with. The fancier the gun, the bigger the pussy who owns it. Now take down the jet. Keep looking for it. I got her. Southwest of the city. The jet's moving. Gotta give a lead. Ach so, es ist auch nur der eine Schuss, okay. Ah, boom. Jawoll. Oh, jetzt sieht's aber... Was? Als ob. Jetzt. Geil, wir fahren schöne Enduro hier mit Trevor. Das ist jetzt ja mit den neuen Fahrphysiken natürlich gar nicht mehr so nice. Das macht aber Spaß. Das ist schon nice, ey. Na komm, jetzt stülp doch endlich mal ab. Kann doch nicht so... Es muss doch ein Arsch schwer sein. Ja dann los. Komm. Schneller geht jetzt auch nicht mehr. Ja, aber das ist uns auch egal. Boah, haben wir da gerade Glück gehabt. Jetzt geht er runter, oder? Ja, jetzt geht er runter. Nee, doch, immer noch nicht? Doch. Doch. Alles klar. Der könnte mir nicht entkommen. Tschüss. He he. Gott kann dir da auch nicht mehr helfen? Okay. Okay. Ja, die Sache hat doch einen Haken, oder nicht? Das klang jetzt alles viel zu easy. Zerstöre den Transporter. Ja, das machen wir hier. Und zwar reichen ja... Reichen ja schon... Ach ne, bei dem ist das vorne, ne? Daher, wo ist denn bei dem der Tankstutzen? Hat er jetzt gar keinen? Ja, dann zünden wir den halt wirklich an. Ja, guck mal. Okay, alles klar. Ach, ein schönes Feuerchen, ja. Das kann ja niemand schaden. Und jetzt müsste ich nur noch zu Martins Haus kommen. Das heißt, es wäre schön, wenn einer von euch sich entscheiden würde. Was kommt denn da hinten an? Boah. Alter. What the fuck, ey. Ja, alles gut. Halb so wild. Raust du da? Dein Beifahrer? Verpiss dich! Ich würde das nicht machen. Auf jeden Fall glaube ich das nicht. Oha. Genau das meinte ich. Die Sache hat doch einen Haken. Trevor versucht doch hier schon wieder irgendeinen Bullshit zu machen. Aber das gucken wir uns jetzt mal an. Jetzt bin ich gerade selber tatsächlich ein bisschen gehypt. Also wie gesagt, ab jetzt ist vieles auch für mich blind. Ich kenne nicht das gerade irgendwie auch. Einfach mal hier so mit dem Auto hier so durch die Berge zu fahren. Ein paar Drifts hinzulegen. Oh, der war sogar relativ nah dran. Na, er hat den Drift nicht gehalten. Das wird blöd. Oh, das war aber trotzdem noch gut gerettet. Kann man sagen, was man will. Alles gut. Ich kenne eine Abkürzung. Oh Gott. Oh ich Gott. Die Kupe hat gemacht. Was geht denn jetzt mit dem Auto ab? Naja, gut. Dann ist das so. Jetzt bin ich gespannt. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Warum hat er seine Auto? Man, ein Schein. Oh, das ist ein Schein. Kein Wunder, dass die Leute ihn in der dritte sind. Was ist er? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was macht ihr denn? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bitte was. Bitte was? Bitte was? Das glaube ich grad nicht. Ist das bescheuert Vielen Dank fürs Zugucken Bis zur nächsten Folge Ciao Ich will hoch in die Loge, ins Essen spitten Und dann soll mit der Butler die Rechnung schenken 6 Patronen im Tubefeeder Mach den Geist platt wie Fake Newsreader Drücke den Abzug und dann finden sie deinen Bloody Buddy im Pool wieder